Und weil es mit der Angst als Begleiterin nie langweilig wird, steigert sich Barbara in besonders faden Momenten in sie hinein und ist ins Unermessliche. Ich werde dafür bezahlt, freundlich zu sein. Lisa sieht heute nicht besonders aufregend oder schön aus. Lisa hat heute viel geweint. Wenn du versuchst, mich zu verlassen, dann bringe ich euch alle drei um. Hallo, kann man das bitte stoppen? Ich möchte es nicht weiterspielen, bitte. Kann ich nochmal von vorne bitte? Ich, ich, ich... Du sollst mich jetzt hier rauslassen! Barbara erwartet so sicher eine Bestrafung, dass sie sich permanent selbst bestraft, weil sie den D beerdigt hat und weil sie sich auch ein bisschen freut, allein zu sein. Muss man dafür eigentlich studieren, um während der Arbeit die Tür zu lesen? Ja. A hat den guten Job. A verdient das gute Geld. A bestimmt, wo wir leben. Ich bin schuld, weil ich es nicht geschafft habe, A rechtzeitig zu verlassen. Hallo, kann man das bitte abstellen? Stopp! Ja, bist du selber schuld! Hallo! Ich hab doch noch ein Leben! Kann ich noch einmal von vorne bitte? Noch einmal! Hab ich, hab ich gewonnen? Do- Ist das? Ja, bist du war's. Was ist denn dein Welt?